Ja, ich verstehe es echt überhaupt nicht mehr, Leute. Kaum habe ich das eine Video fertig gedreht, beziehungsweise fertig gerendert, habe ich ein, zwei Dungeons versucht nochmal anprobiert und zack, er liegt mit 20.000 Leben. Also knappe geht es echt nicht. Also ich muss verdammt gute Ausweichrate haben. 226, die 118 Dungeons, ja, bewegen uns so langsam aber sicher. Oh, 1700 Basis, geil, das habe ich gar nicht gemerkt. So langsam aber sehe ich hier in den 13. Dungeon, das ist richtig geil. Nur noch ein Dungeon, na los, kann ich auf den Dungeons, habe ich doch geklickt. Nur noch diesen Dungeon und dann bekomme ich nur noch auf diesem Server, nur noch epic, äh, im Dungeon, ja. Das ist hammergeil. Ich gehe auf die 15 Pilze runter, aber das wäre wirklich zu viel verlangt. Ja, jetzt ist es so, ich gebe absolut keinen Pilz mehr aus im Dungeon. Also ich bleibe bei der 15, äh, Pilze, bei den 15 Pilzen sozusagen, ist da ein Ding drin. Ja, besser. Vielleicht schauen wir jetzt auch noch zum Abschluss des Videos, vielleicht. Äh, du hast die, aber ich glaube nicht, wenn der mich zweimal kritiert hat und ich natürlich gar nicht grüttel. Ja, ein Kripp und der wäre weg, aber ich lege ihn auch ganz ohne Kripp, na gut. Äh, ich habe mich jetzt wieder von 13 gekämpft, einfach noch ein letztes Mal aufbäumen, bevor ich niedergeringt werde. Keine Ahnung. So, 227, so langsam komme ich an die anderen ran, so langsam. Oh, ich habe zwei Dungeons, drei Dungeons mehr, wie er, aber, jo, mit 100 Ahlus in der Levelbremse ist das nicht schön zu spielen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, das war es auch schon wieder. Äh, man sieht sich in den nächsten Videos und ciao Leute.